Ey, nein, hey, ich habe nur Rote. Guten Morgen, Mitternacht. Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, wir haben es geniessen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr eure Weihnachten genossen habt. Es interessiert mich nicht, Digga. Guten Morgen, mein Elo. Nein, moin, soll ich zusammen? Wie geht's? Auf jeden Fall auch noch, Guten Morgen, Sandronic. Hallo zusammen und heute schöne Weihnachten-Camp. Mir interessiert es. Sehr schön, genau. Schreibt es unten rein. Was findet ihr auch noch unten in der Weibeschreibung? Natürlich den Link zur Folge von Maelo. Und vorne hinweg, es ist die letzte Folge von diesem Jahr und wahrscheinlich auch die letzte Folge von Mario Kart Ever. Wieso und weshalb warum, das erfährst du jetzt gerade. Denn wir gehen jetzt mal rein ins Rennen. Los geht's. Meine Güte, kann ich heute nicht reden. Erstes Rennen von den letzten vier Rennen in Sachen Mario Kart steht an. Und wie erwähnt, er kommt von mir zu sagen, wieso, weshalb, warum. Also da die wahrscheinlich allerletzte Folge ist Mario Kart. Und wir selber alle da merken einfach, dass die Luft aus dem Spiel für uns draussen ist. Und es sind halt immer die gleichen Strecken und alles. Es sind irgendwie gefühlt alle nur noch abgefuckt und wir brauchen irgendetwas Neues. Wir brauchen etwas Neues. Und wenn ihr Ideen habt für etwas Neues, schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare. Einer, wir sind fast für alles offen. Fast für alles, ja. Das Crash Bandicoot-Card. Nein, nein, das nicht. Das ist so ein Pay-to-Win-Ding. Ist es Pay-to-Win? Es ist ein Pay-to-Win-Titel, absolut. Es ist wirklich ein Pay-to-Win-Titel. Ah, chillig. Perfekt, Digga. Oh, chillig, chillig. Du musst mich doch jetzt nicht abfacken in die letzte Folge, oder? Jawohl. Wissen wir noch, als ob wir für die letzte Folge den ersten Platz gönnen könnten wir für die letzte Folge den ersten Platz gönnen. Ja, nein. Ich hätte verdienen. Die habe ich auch nicht. Ja, aber die kann ich auch verdienen. Nein, nein. Jetzt kommt natürlich der Ort. Ach, Digga. Komm, 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 komm. Hey, wieso bin ich so lange klein? Ich bin nachher eigentlich klein. Ja, das ist mir egal. Oha. Oha, 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 oha. Oha, oha, oha. Oha, oha. Oha, da wollte einer zu früh wieder gegen runter drücken. Ich habe nichts gemacht. Hey, wieso verwirrst du mich, der Rote? Ja, logisch, Jürg. Ja, leg du mich! Ich dachte, dass du die Knappe in die Knappe schossst. Ich habe dich in der Luft abgeschossen. Oha, ja. Das ist das Dümmste, was einem passieren kann, in der Luft abgeschossen zu werden. Ist jetzt so im Winter? Oha, Rakete! Tschüss zusammen! Nein, das gibt es doch nicht. Oha! Jawoll! Er hat einfach eine fucking Rakete. Und das auf dem dritten Platz. Willst du mich verarschen? Das ist ja eine riesige Verarschung. Also das ist ja eine bodenlose Frechheit. Also absolute. Das ist ja eine verdammte Banane. Hey, das ist ja eine verdammte Banane in der Mitte des verdammten Tempels. Geil. Und jetzt geht er noch vor meiner Fresse runter. Warte mal, Elo. Nein, das ist der blaue. Nein, nicht schon mehr. Ah, easy. Ja, das war die letzte Runde. Das gibt es doch nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und jetzt geh... Du hast mich so blöd verwirrt, ich bin natürlich noch runtergefallen. Hey, nein. Nein, so eine Frechheit von dir, hey. Dass du so ein Itemglück hast. Wilder Wipfelweg ist das zweite und somit dritte, letzte Arena. Und wir merken einfach, dass wir bei jeder Strecke... Ja, die ist auch scheisse, die ist auch Dreck, die ist auch Müll. Also, irgendwas wäre... Ja, ist das der Beweis. Einmal mehr, dass es Zeit wird für ein anderes Game. Von mir aus... Mario Kart 9 oder so. Das. Mit neuen Strecken, neue... Also, Figuren sind ja egal, aber einfach ein bisschen bis Neues. Komplett neu auf der Erde. Ja, es braucht irgendetwas. Von einem Mario Kart ist ja schon etwas Cooles. Hey. Wo ist denn? Vor allem... Jetzt wird ein wenig weniger Roten für den Mielo. Das ist nichts mehr. Er sagt nichts mehr, er ist einfach ruhig. Aber ich bin ein bisschen ruhig. Also, wir müssen es geniessen für diese... Letzte Paare. Ja. Nein, das gibt es doch nicht. Das... Hey, wieso? Ja, ich habe sie noch gesehen, ich wollte ausweichen. Und denke, vielleicht kann ich ja irgendetwas mit dem Bömbeli dagegen... Mit dem... Mit dem Dings... Mit der Tröte etwas dagegen machen. Nein. Das habe ich vergessen. Und ich werde einfach alles... Nein, das mal nicht. Und ich war das mal ein bisschen zu früh. Nein, mein Geschenk. Wenn ich die Bombe einfach abhebte. Nein! Nein! Und jetzt in der Luft! In der Luft! Weisst du? Nein! Nein! Das ist doch... Mann... So blöde Spiele, ey! Und ich habe keine Münze, nichts mehr. Hey! Nein, klar! Ich verwirsche natürlich nur den Einzelnen. Ich habe ausweichen meine grünen Abgeschossen. Jetzt habe ich es verdient, darauf zu kommen. Wieso seid ihr so weit vorne? Hey, könnt ihr nicht... Hey, bitte! Für die letzte Folge ever, hey! Für mich etwas... Mir etwas entgegenkommt. So... Jetzt habe ich meine eigene Medizidenzellen veressen, oder? Mhm. So... Hey! Du bekommst so viele Donations, hey! Oh, let's go! Wenn das ein Stream-WW wäre, das ist Tallesguy. Ich bin einfach nur... Ich bin nur noch ruhig. Hey, ich weiss nicht, was Sega ist. Es ist etwas Trauriges. Es ist etwas Schönes. So. Komm. Und jetzt gib mir etwas Gutes. Ja, genau. Oh! Ja! Das Ende! Nein! Ich habe schon die Abkürzung gehört! Nein! Fuck nein! Hey! Ach, Mann! Immer nur dritte! Immer nur dritte! Nie komme ich gegen eine Führung! So! Drittes! Und wahrscheinlich... Nicht nur wahrscheinlich! Es wird das letzte Mal sein! Baby Park! Nein! Gott! Wir dürfen das nicht sagen! Vielleicht kommt irgendwann mal Mario Kart! Doch irgendwann wieder zurück mit Baby Park! Wer weiss! Man darf niemals nie sagen! Das hätte man ja auch gelernt gehabt! Er nimmt mir wieder alle Münzen an! Hier vorne weg! So! Komm! Hey! Du hast doch jetzt keine Lust mehr auf dich mehr! Nein! 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 Das ist doch... Nein! Nein! Du kassierst nur Rote! Nein! Nein! Es ist doch ein Boden! Nein! Das ist doch einfach unfair! Einfach unfair! Nein! Das ist doch unfair! Eine Rakete auf dieser Strecke! Nein! Klar! Wir kommen jetzt auf den Blitz! Nein! Ein Blitz ist unfair auf dieser Strecke! Ja! Das ist so... Nein! Echt! Komm! Gib mir etwas kurz! Gib mir jetzt eine Rakete! Jetzt wäre eine Rakete etwas Schlaues! Nein! Ich bin noch platt gefahren! Ja genau! Raketen! Wieso kommen da so scheiss Raketen die ganze Zeit? Ohhhh! Jürg! Nein! Oh! Ich bin schon fertig! Ich bin schon fertig! Ich bin schon fertig! Ich bin leider noch nicht! Ich bin leider noch nicht! Ich bin leider noch nicht! Bleib jetzt auf dem zweiten Platz! Hey Semmo! Ich werde sogar noch dritte! Ich werde sogar noch dritte! Und nicht einmal erste! Jesus! Man! Zur allerletzten Runde kommen wir für unsere letzte Strecke! Wie heisst sie? Mit Marios! Metros ist eine Strecke, die wir nicht so oft hatten! Ja! Aber doch ab und zu einmal hatten! Mal schauen! Ja! Fehlstart! Es passt! Es passt einfach wie alles! Es passt wirklich alles! Über die 15, 16, 17 Folgen... Es hat sich ja nichts geändert! Nein! Ich bin immer... Es ist einfach... Mein Skill hat sich immer! Nein! Mein Skill ist immer noch... Ich war am Anfang immer hintergrischen und jetzt bin ich der erste mit Abstand! Ja! 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 Im Gegensatz zu mir hast du die eben verbessert! Ich habe einfach... Die haben mich wirklich verbessert! Das habe ich wirklich gefühlt! Also ich nicht! Ich bin irgendwie gefühlt immer noch genau gleich absolut bescheissen! Klar! Aber dazu habe ich ja schon einmal den Wind geholt! Also das... muss mir natürlich schon auch zugestehen! Ja! Aber wenn es halt... Mit gewissen Sachen... Dann mache ich dich doch Fehler! Oho! 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 Ach... Da mache ich... So komisch fahren wie hier... Also... Es ist einfach komisch! Hey! Hör ich mal anstrahlen! Es ist heute so komisch! Die ganze Aufnahme und alles... Nein! Nein! Boah! Scheisse! Ist das jetzt alles knapp gewesen, Sendu? Wirklich? Ja wirklich! Ich fahre... Ich fahre knapp! Scheisse! Ich fahre in den Zug hinein! Nein! Oh Mann! Hey! Wieso muss jetzt dort eine Banane liegen? Hör eine Banane! Hör eine Banane! Hör eine Banane! Hör mal... Hör eine Banane! Meine Güte! Hey! Wer ist... Wer ist... Zweite? Ich bin Zweite! Du bist Zweite! Hey! Du bist doch so weit vorne! Ja! Ich bin... Ich bin so weit hinten drin, ey! Lass mich mit dem CPU bekämpfen! Das ist doch... Ja, aber der Mayelo schon mal arsch! Also der ist wirklich... Der ist wirklich... Der ist wirklich... Wirklich weiss ich wo! Der ist irgendwo... Der ist irgendwo... Ich komme Fristen! Ich fahre halt einfach Scheisse! Das ist es! Ich fahre auch wirklich... Oh... Oh... Schlechte! Aber weisst du... Ich bekomme immer dann... Den Drecks... Den Drecks... Der Drecksstern... Wenn man ihn nicht mehr braucht! Ja Scheisse! Dann wenn es vorbei ist! Und ich bin... Ewige Dritte! Auch da... Wieder Dritten geworden! Ewige Dritte! Wobei? Wenn ihr jetzt schauen... Grundsätzlich bin ich... Zweite! Wir haben zwei Erste! Ja! Ich weiss nicht wieso... Das Spiel mit auf den Dritten Platz tot... Anstatt auf den Zweiten! Absolute Frechheit! Ewig Dritte! Sogar das Game ist gegen mich! Unglaublich! Was jedoch nicht unglaublich ist... Sondern wirklich Tatsache... Das Video ist am Ende angekommen... Es ist für dieses Jahr... Und wahrscheinlich auch für zukünftig... Die letzte Folge von Mario Kart... In dieser Art... Und ich weiss... Vielleicht kommt wieder mal Mario Kart... Auf irgendetwas wieder zurück... Aber wir brauchen irgendein neues Game... Wenn ihr Vorschläge habt... Schreibt das jetzt unten in die Videobeschreibung... Und anschliessend... Klickt auf den Link von Mairos... In der Videobeschreibung drinnen... Und jetzt... Die letzten Worte... Und bitte... Schöne Worte! Ich wünsche euch allen... Einen guten Rutsch... In das neue Jahr... Und wenn du nach dem siehst... Wünsche dir ein gutes Neues... Und jetzt kommt Schlusswort! Ja... Ich wünsche euch allen... Einen guten Rutsch... Und vor allem... Dass es nächstes Jahr... Ein bisschen besser wird... Das hier... Ich wünsche euch allen... Einen guten Rutsch... Einen schönen Weihnachten... Und hoffen... Das nächste Mal... Ein neues... Nächstes Jahr... Das neue Mario-Karazone... Hey! Wie geil! Haha!